servus leute herzlich willkommen zu der nächsten runde von ultimate chicken horse und wie immer dabei ist der fussel und der niklas haha ja und in der letzten folge haben wir ja den eisberg freigeschalten wir heute mal ganz ausgiebig testen werden aber ich freue mir war völlig neues level das wird bestimmt ein nivea sein das sieht aber jetzt schon so aus wie mir kommt das auch sehr bekannt vor oder ich glaube das haben wir doch schon mal gespielt ja irgendwie kommt mir dann bekannt bestimmt mit dem komischen der harten ich kann elefanten spielen also ich kann schon mal sagen das dingen ist nicht stabil ist ja schon mal was so der niklas den haben wir schon mal schön titanic spielen lassen ist euer spiel auch gerade eingefroren gut ich habe windows update gekriegt ich bin eingefroren ich bin ultimate chicken horse exe reagiert nicht ja wie kann das denn sein warum ja programm schließen danke ja 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 ihr macht ruhig weiter vielleicht kommt es ja wieder rein ja ja wir gucken mal gespielt ja so wird und start man hört nichts von euch deswegen fragen wir sind so verblüfft dass du jetzt auf einmal weg bist spiel läuft bereits beitreten nicht mehr möglich dann müssen wir raus dann müssen wir raus noch eben ist alles super dann geht mal raus dann geht mal raus zum hauptmenü spiel da können wir rein alles klar dritt bei jules lp mal so hallo da sind wir wieder das hässliche chameleon schafft es wieder nicht vielleicht liegt ja auch am eisberg man weiß es nicht wir werden es ausmachen du meinst das spiel gecrasht ist so kommen wir da durch zu einfach mit sicherheit du hättest aber auch mal sterben können niklas es wird bestimmt gleich noch schwerer warum sollte das schwerer wir sind ganz schön ich hab mir gedacht dass das so effektiv ist das ding das ist ja auch nur weil das arme viech nicht richtig fliegen kann weißt du hast ein kaputtes flügelchen ja ja dann tut es mir natürlich leid ich nehme volle ja aber ich sehe immer nicht weiß ob ich hasse ist wenn wenn bilder verschwinden warum schafft das scheiß kamel und ist da raus und das fette ruhen nicht ja ganz schön durch die wand gepackt der nimmt wieder cheats das ist immer das problem immer das gleiche er kann aber auch kein spiel ohne weiße aber auch ja 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 sehr gut Brüssel sehr gut comeback sehr gut da bin ich glaube nicht was hat der Niklas gemacht so lange du vom Niklas bist ist doch alles in Ordnung das sowieso das sowieso ich meine mein Ziel ist es nicht so gewinnen mein Ziel haben wir aus die anderen nicht gewinnen ja ja natürlich so baust du die Fallen ja auch ich fahre aber wenigstens wieder zurück aber ich schoss dir ja aus Versehen weißt du auch ein blindes Huhn findet mal ein Chamäleon gut ey man hat das Pferd nicht wieder gewonnen war ja was für ein Pferd wir spielen hier mit Pferden haben wir denn was freigeschaltet haben wir was freigeschaltet haben wir was freigeschaltet da kommt der Luder wieder in dir raus ne ja 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 haben wir was freigeschaltet wo müssen wir hin da oben Metallfabrik hätten wir noch nicht ja oder Pyramide oder bei der Pyramide was machen wir Metallfabrik haben wir das letzte Mal schon gemacht ne so auf gehts ich bin ja froh dass ich in diesem Level überhaupt irgendwo hinkomme das ist ja schon mal was der Rest den lerne ich noch ist ja erst die sechzehnte Folge bei mir Juhu kann mir mal einer sagen ja dass das Huhn ist zu fett merkt er das auf Schiff tust du sprinten na das weißt du ach so ja ja das kenne ich mich aus jetzt wird es wieder zu leicht werden ne ist auf jeden fall nicht zu leicht doch weil der Fussel ist da hi hallo hat der Niklas sich wieder im Treibsand ausgeruht oder was ja ja das ist aber auch ein fauler Priester hier rutscht was wird denn da wieder ein ding erhängt ihr seid so gemein dann habe ich da geschnappt warst du nicht tot? siehst du niklas wäre es mal tot geblieben wäre besser gewesen aber nö ich habe keine ahnung wo soll man sowas hinstellen wie feige alle dann den anderen weg gehen weißt du komm Puzzle du schaffst das du schaffst das Puzzle da war der Turm zu groß ne ja 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 fängst du jetzt damit an den Gorilla zu machen oder was? wieso? ich habe vom besten gelernt ich habe so viel Let's Place als Gorilla aufgenommen glaube ich der macht Let's Place? ja wo er früher noch gut war schon lange her du seid ihr alle schon im Ziel? ja ich bin tot warum das denn? weil ich will dass du punkte kriegst warum das denn? ich bin Teamplayer äh niklas ich glaube du hast das mit dem Ziel falsch verstanden warum? mit 13 glaube ich ja auch ja ja das ist nicht das die Trebshandel nicht ja ja richtig richtig genau das ist es was? achso ok uuuh 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 da bin ich bin ja froh dass ich keinen Fallschaden kriege ach dann Oh, es ist einer durch meine Falle gestorben. Macht der Niklas das jetzt? Absichtlich. Ja, ich schätze mal. Ja, was? Was? Machen wir es nochmal richtig asozial für die letzte Runde? Ja, schon. Das war mehr knapp als alles mögliche. Du warst auch im Ziel, ja. Was heißt das? Wer verreckt. Ich? Jetzt würde ich erstmal ins Ziel kommen, das ist halt das andere. Rek die Folge noch ein bisschen. Das war auch nur zwei Minuten. Ich stirb nochmal. Ja, kleb nochmal fest. Ich muss sterben. Hör mal auf mit dem Scheiß, Mann. Gaming. Was denn? Hör doch mal auf, Teich, immer was einblenden zu lassen. Mann. Du hast mich voll abgelenkt. Ich hätte noch gewonnen. Scheiß Gaming. Ich hasse ihn. Das macht der immer mit Absicht. Spielen die wieder mit dem. Bei den nächsten Let's Plays alle ohne den. Also gut, nachdem der Fussi jetzt im Auto unterwegs ist, würde ich sagen, backen wir die Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Altybett Chicken Horse oder bei anderen Let's Plays auf den Kanälen von uns. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017